Zum Abschluss der 3-Millionen-Euro-Woche bei Wer wird Millionär? hatten am Donnerstag elf Kandidat-Innen die Chance, um die bislang noch unerreichten 3-Millionen-Euro zu spielen. Während drei Waagemutigen ihre vorherige Gewinnsumme übertrumpften, wurde einem Kandidaten sein gewähltes Risiko zum Verhängnis. Wer zwischen Montag und Mittwoch 16.000 Euro einheimste, qualifizierte sich. Elf Personen gelang dies, doch zum erneuten Zocken ist am Donnerstag nicht jedem zumute. Klugscheißer Niklas Schell aus Rehmagen, der am Montag 16.000 Euro gewann, zögert zunächst, lässt sich aber von Jauch überzeugen, seinen Gewinn vollständig zu riskieren, und dieser Mut wird belohnt. RTL-Kandidat handelt gegen seine Überzeugung, und liegt damit richtig. Der gleichsam sympathische wie hirbelige Kandidat trumpfte in der Vergangenheit selbst bereits fünfmal. Als Zusatz-Dioker auf, und stürmt auch dank der Hilfe eines solchen zum sechsstelligen Gewinn. Obwohl er Frauen gegenüber Männern bei der Wahl als Publikumshilfe bevorzugt, Frauen, die aufstehen beim Zusatz-Dioker liegen fast zu 100% richtig, entscheidet er sich bei der 100.000-Euro-Frage für männliche Unterstützung. Ein Lehrer aus Duisburg weiß, dass es sich bei der Person auf der vor einigen Jahren spektakulär aus dem Bode-Museum gestohlenen 100-Kilo-Goldmünze um Elisabeth II. handelt, und nicht etwa um Nelson Mandela, Abraham Lincoln oder Konrad Adenauer. Bei der folgenden 250.000-Euro-Frage ist für Shell dann Schluss. In der Rolling Stone-Liste die 500 besten Alben aller Zeiten von 2020 stammen die meisten Alben aus welchem Jahrzehnt? a. 70er b. 80er c. 90er d. 2000er Der 33-Jährige hört auf und nimmt die 100.000 Euro mit nach Hause. Er hätte auf Antwort c. und damit nicht auf die richtige Antwort, a. getippt. Den satten Gewinn möchte er unter anderem für einen Urlaub in Portugal nutzen. Dabei werde er die Fahrtkosten der mitreisenden Familienmitglieder übernehmen. Bei denen dürfte die Begeisterung über so viel Großzügigkeit grenzenlos sein. W. W. M., bei der 5.000-Euro-Frage knallt der Sektkorken. Anschließend setzte Sabelle Dugaru aus Hamburg nach harter Verhandlung mit Jauch einen Großteil ihrer 32.000 Euro vom Montag aufs Spiel. Für 7.000 Euro nimmt sie zum insgesamt dritten Mal auf dem Ratestuhl Platz. Bei ihrem ersten Auftritt im Mai 2024 wurde sie bei einer Fußballfrage von einem Zusatz-Dioker falsch beraten und fiel auf 500 Euro zurück. 2.000 Euro von別her Verhandlung mit Jauch an den W. M. Werden Sie bei der Sektkorken. In der Sektkorken mit Jauch an den W. M.